Hallo meine Lieben! Ihr könnt euch schon denken, wir sind nicht zu Hause. Nein, wir sind im Urlaub am Meer. Es ist wunderschön und ihr habt euch gewünscht, dass ich euch mal zeige, wie ein gewöhnlicher Morgen bei uns so abläuft. Und deshalb habe ich euch einfach mal eine kleine Morgenroutine abgefilmt und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Also ich muss sagen, ich bin einfach kein langer Schläfer. Selbst im Urlaub muss ich früh aufstehen, mache mich soweit fertig. Ich muss natürlich auch erstmal wach werden, ganz klar. Dann stehe ich auf, mache schon mal die Fenster schön auf, damit die Sonne reinkommt. Meine Männer schlafen noch in der Zeit und dann gehe ich auch schon so langsam in die Dusche. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, das waren jetzt soweit die Produkte, die ich verwende. Ansonsten habe ich noch eine feuchtigkeitsspendende Tagespflege. Ich verwende hier die Serie von Revitalift. Die hat ja auch einen Lichtschutzfaktor. Davon hatte ich euch auch erzählt. Ich verwende am Abend diese Glykol-Peel-Pads und die Nachtpflege. Und ansonsten creme ich mich dann noch ein. Das ist auch ein bisschen Wellness. Das kommt ja dann doch im Alltag ein bisschen zu kurz. Und wie gesagt, meine Männer, die schlafen noch und deshalb genieße ich das Ganze. Danach ziehe ich mich dann an, ganz normal, mache dann noch unsere Badetasche soweit zurecht. Und dann wecke ich auch schon die Kinder auf. Das war's. Und wenn dann meine Jungs auch so langsam mal ready sind, dann geht's auch schon zum Frühstücken. So much better, better, when I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far, I know I'm so much better off, and baby you don't belong. Jetzt geht's aber endlich ans Meer. Yay, tut el mare! Naja, nicht ganz. Die Jungs wollten erst noch in den Pool, weil das Meer noch so kalt war. Deshalb habe ich erstmal unsere Handtücher geholt. Das ist ein Service vom Hotel, finde ich richtig klasse. Da kann man sich eben die Handtücher ausleihen. Dann sind wir eine Runde im Pool eben schwimmen gewesen. Das seht ihr jetzt hier. Und im Anschluss waren wir dann natürlich im Meer. Wie soll es auch anders sein? Hier haben wir jetzt im Pool aber erst noch die Aussicht genossen. Und danach geht es aber wirklich ab ins Meer. So meine Lieben, das war es soweit von unserer Morgenroutine. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Einblick gefallen hat. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis bald. Tschüss!